Bach statt Krach ist ein Pilotprojekt, bei dem wir Kindern das Komponieren näher bringen und ihnen die Chance geben wollen, ihre eigenen Werke gemeinsam mit Profimusikern auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren. Das Konzept folgt dabei frei dem Motto Kinder komponieren, Arrangeure arrangieren, mit Profis performen. Seit 2021 besucht Audanica Mitarbeiter Jonas Lepper dazu die Grundschulen Mahleshausen und Geschwender im Imkreis und vermittelt dort musizierpraktische Grundlagen. Die Kinder nähern sich dem Komponieren in einzelnen Teilschritten und verpacken ihre Emotionen in Musik, wobei das gemeinsame Musizieren und Erschaffen im Vordergrund steht. Gespielt und gelernt wird dabei mit der Audanica, einem digitalen Musikinstrument für Handy und Tablet. Die Kinderkompositionen aus den Workshops werden dann von professionellen Arrangeuren und Komponisten in Orchestersätze aus richtigen Noten verwandelt. Diese erzählen die Geschichten und Gefühle der Kinder und warten nur darauf, endlich vor großem Publikum gespielt zu werden. Nach vielen gemeinsamen Proben spielen also am 10. Juli 2022 die Grundschüler, die Profis vom SOS Triolando, die Musikschule Arnstadt-Ilmenau und Bachkirchenorganist Jörg Redin die Kinderkompositionen live im Theater im Schlossgarten in Arnstadt.